Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wieder Christian und ich liebe Value Investing. Wir schauen uns heute mal die Intel Aktie genauer an. Die Aktie ist vor kurzem, man sieht es hier aufgrund der letzten Quartalsberichte extrem eingebrochen, hat sich zwar wieder leicht erholt, aber deswegen wollte ich das Video hier zum Anlass nehmen und wir schauen uns mal an, was für die Aktie gerade spricht und was gegen die Aktie gerade spricht und ob sie vielleicht für dein Depot auch ein interessanter Kandidat sein könnte. Also wir sehen uns gleich dann im Video. So und da sind wir auch schon und wenn ihr das Video einen Mehrwert gibt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da für den YouTube Algorithmus. Ansonsten denkt auch gerne mal darüber nach, den Kanal zu abonnieren. Wir schauen uns nämlich öfter hier Aktien an und es gibt auch allgemeine Informationen von mir zum Thema Value Investing und zum Bewerten von Aktien. Aber jetzt erstmal zu Intel. So und deswegen habe ich hier mal den letzten Quartalsbericht bzw. die Präsentation dazu mal rausgesucht und da schauen wir mal an, was Intel hier getan hat. Danach schauen wir uns mal an, ja was in der Vergangenheit mit Intel so gewesen ist und was für Auswirkungen das gerade hat. Also wir sehen hier der Umsatz, der war im letzten Quartal 5% über dem Vorjahresniveau. Die Gewinnmargen sind ein bisschen gestiegen. Wir sehen aber gleich auch, wie das auf Jahresbasis dann aussieht und auch der Gewinn der Aktie, das EPS ist auch deutlich gestiegen. Trotzdem ist die Aktie gefallen und wir sehen auch gleich, woran das liegt. Wir haben hier nochmal die einzelnen Segmente. Hier im normalen, ich sag mal PC, Computerbereich, da ist der Umsatz leicht zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Und auch die Gewinnmargen sind leicht gefallen. Und wir sehen auch hier, wo die großen Verluste herkommen oder die großen Rückgänge herkommen, nämlich einmal hier im Notebook- und PC-Segment, aber auch hier in diesem Adjacencies, das sind so Modems und so Komponenten für drahtlose Kommunikation. Da gab es eben quasi bei dem Hardware-Segment einen doch deutlichen Rückgang, also auch beim operativen Ergebnis hier letztlich 7% doch ordentlich. Dann gucken wir mal das Datazentren-Segment, also Intel betreibt auch viele Datenzentren, baut also nicht nur Chips und Prozessoren, wo eben die ganzen Internetanbieter ihre Server zum Beispiel betreiben. Und hier haben wir einen ordentlichen Anstieg gesehen. Das ist also auch ein großes Segment von Intel, das sich eben hier ganz gut geschlagen hat. Und vor allem daher, in diesem Bereichssegment zumindest, läuft es bei Intel gerade aktuell sehr gut. Und auch bei den anderen kleineren Geschäftssegmenten sehen wir ebenfalls einen ordentlichen Anstieg. Das heißt, was wir hier eigentlich sehen, ist, dass das ganze Hardware-Geschäft, also PCs, Notebooks etc. eben ja nicht so gut läuft, gerade die Umsatzzahlen ein bisschen zurückgegangen sind. Und das ist eben auch ein Grund, warum die Aktie so gefallen ist. Das hängt aber unter anderem auch hier mit dem Outlook, also der Vorschau für das Geschäftsjahr und für die nächsten Jahre zusammen. Denn wir sehen jetzt für das nächste Quartal, sagt Intel, dass der Umsatz ein bisschen zurückgeht zum Vorjahresniveau. Auch die Gewinnmargen hier ordentlich geringer als im letzten Jahr und auch der Gewinn je Aktie, der soll deutlich schlechter ausfallen als im letzten Jahr. Und an der Börse wird natürlich immer die Zukunft gehandelt. Und deswegen sind die Analysten und die Anleger hier etwas besorgt. Und das sieht man eben auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Gesamtvorschau für dieses Jahr anschaut. Da sehen wir eben nur noch ein 1% Wachstum im Umsatz. Die geringen Margen sind auch für das Gesamtjahr etwas runtergesetzt worden. Und auch das EPS, das soll nur um 4% wachsen. Das ist also ordentlich eine Einschränkung zum letzten Forecast für dieses Jahr. Und was hier unten noch wichtig ist, der Free Cash Flow, der soll 12,5 Milliarden US-Dollar betragen. Und wir sehen gleich noch, dass Intel da auch einen Grund dafür nennt, warum der Free Cash Flow geringer ausfällt als in den letzten Jahren. Aber am wichtigsten, denke ich, ist das hier für die Anleger und auch mit der Hauptgrund, warum die Aktie jetzt doch deutlich geprügelt wird. Denn die haben hier zwar gesagt, für die nächsten Jahre wollen sie dann für die nächsten 4-5 Jahre ein 10-12%iges Umsatzwachstum erreichen. Und das wird, glaube ich, langsam kritisch gesehen. Also auch aufgrund der letzten Jahre dazu erwarten, dass die Intel jetzt auf einmal mit 10-12% pro Jahr wachsen kann, ist dann doch vielleicht ein bisschen sportlich. Aber das Management sagt erstmal, das ist der Ausblick für die nächsten Jahre. Und wir sehen hier eben hohe Kapitalkosten für die nächsten Jahre. Denn Intel baut unter anderem gerade eine neue Fabrik auf für Chips in Arizona. Da muss natürlich viel Geld investiert werden, um so eine große Chipfabrik dann auch zu bauen und ans Laufen zu kriegen. Das Projekt ist wohl ein bisschen über der Zeit, also läuft wohl sehr gut. Aber da geht natürlich viel Geld auch quasi das Fenster raus oder ist eine Investition für die Zukunft. Denn Intel will natürlich auch seine Kapazitäten damit ausbauen. Die Geringmargen sollen ebenfalls ein bisschen sinken, aber nach 2-3 Jahren dann wieder ansteigen. Kann man, glaube ich, mit einem gewissen Fragezeichen mal so stehen lassen. Die Sachen sind ja auch immer mal wieder gekürzt worden bei Intel. Von daher ist immer die Frage, wie realistisch das Management hier tatsächlich die Lage einschätzt. Und das ist eben der Grund, dass, denke ich, auch die Aktie jetzt nochmal stark gefallen ist mit den Quartalszahlen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal in meinem Tool an. Ich gebe mal Intel hier gerade ein. Das Tool findest du auch unter diesem Video, wenn dich das interessiert. Und was wir hier sehen, ist natürlich, dass der Aktienkurs hier quasi fast auf dem Jahrestief sich befindet. Obwohl die Gewinne und die Cashflows quasi so hoch sind wie noch nie. Trotzdem die Aktie extrem gefallen. Wir sehen hier alles im grünen Bereich. Die Zahlen gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Aber wir haben eine EBIT-Marge oder eine operative Marge immerhin noch von knapp 30%. Also sehr, sehr hoch. Auch die Kapitalrenditen sind sehr hoch. Und die Wachstumszahlen, wenn wir uns das hier anschauen. In den letzten Jahren ist Intel immer noch trotz der ganzen negativen Presse solide gewachsen. Vielleicht nicht mehr ganz so hoch. Also im letzten Jahr zum Beispiel ist der Gewinn nur um 4,9% gewachsen zum Vorjahr. Und hat es also sich doch ein bisschen verlangsamt insgesamt. Trotzdem schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an. Denn interessant hier natürlich immer die Kapitalrentabilität. Das sagt ja so ein bisschen aus wie profitabel wirtschaften die eigentlich mit unserem Geld. Das ist durchaus noch in Ordnung. Aber wir sehen auch hier seit 2018 geht das Ganze ein bisschen zurück. Ähnlich sieht es bei den Gewinnmargen aus. Die sind noch super stabil, super hoch muss man sagen. Trotzdem sind die auch auf dem fallenden Ast. Und das Management hat ja gesagt, ab in den nächsten zwei bis drei Jahren, dass die danach dann auch wieder ansteigen. Aber das muss man auch erstmal sehen, ob das wirklich der Fall ist. Die Liquidität ist in Ordnung. Es ist also genug Cash da, um die Rechnungen zu bezahlen. Die Verschuldung ist leicht gestiegen, aber immer noch sehr niedrig, muss man sagen, für das Unternehmen. Und die Einkapitalquote, die ist ein bisschen gefallen, aber liegt immer noch bei über 50%. Das ist sehr ordentlich. Hier kommen wir auf einen Punkt noch zu sprechen, der ebenfalls interessant ist. Denn Intel hat sehr, sehr viele Aktien in den letzten Jahren zurückgekauft. Das ist natürlich gut für die Aktionäre. Und so niedriger Kurs wie jetzt, der kann natürlich auch vom Management gut genutzt werden, um günstig eigene Aktien zurückzukaufen. Und das macht Intel natürlich auch. Von daher, hier auf der Kennzahlenbasis sieht erstmal alles sehr, sehr gut aus. Von der Bewertung her schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Aber auch die Bewertungskennzahlen zeigen an, dass die Bewertung überall niedriger ist als in den letzten Jahren. Also eher darauf hinweist, dass die Aktie aktuell günstig bewertet sein könnte. Das sehen wir hier auch nochmal, wenn wir uns das nochmal im Detail angucken, für die ganzen Kennzahlen. Und ja, das sieht insgesamt auch gar nicht so schlecht aus. Und auch hier, wenn wir uns nochmal die Kennzahlen hier nochmal anschauen. Also das Eigenkapital ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Also hier wurde mehr Geld verdient, als ausgegeben wurde. In der Bilanz wird das Unternehmen also mehr Wert jedes Jahr. Die Umsätze sind ebenfalls gut gestiegen. Wie gesagt, hat sich ein bisschen verlangsamt. Bei den Gewinnen sieht es ähnlich aus. Hier sehen wir auch eher eine tendenziell positive Entwicklung. Und Intel schüttet natürlich auch relativ viel Geld über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre aus. Ich habe das auch mal hier nachrecherchiert im letzten Geschäftsbericht für das letzte Geschäftsjahr. Und da sehen wir hier, dass 14,2 Milliarden eben ausgeschüttet wurde über Aktienrückkäufe und nochmal 5,5 Milliarden über Dividenden. Das heißt, aufgrund der aktuellen Marktkapitalisierung, die rund 200 Milliarden beträgt, schüttet Intel ungefähr 10% von dem Kaufpreis aktuell an die Aktionäre aus. Das ist also sehr, sehr viel. Im Umkehrschluss kann man sagen, du kriegst also jedes Jahr 10% von dem Geld, was du investierst, was über diese Aktienrückkäufe und Dividenden im Umkehrschluss zurück. Sieht also sehr, sehr gut aus. Die Bewertung habe ich mir auch mal angeschaut. Und ich habe jetzt einfach mal aus Interesse halber mal 3% Wachstum unterstellt. 3%, also ungefähr so viel wie vielleicht die Inflationsrate. Also wenn man davon ausgeht, dass die vielleicht einfach nur ihre Preise um 3% beziehungsweise insgesamt um 3% wachsen können. Da sehen wir beim DCF-Modell und ich habe jetzt hier den Free Cash Flow von diesem Jahr mal angesetzt, weil die eben auch gerade aktuell viel investieren und das deswegen ein bisschen geringer ist wie in der Vergangenheit. Da kommen wir auf einen fairen Wert immer noch von 47 US-Dollar und auch wenn wir mit den Gewinnen rechnen, kommen wir immerhin noch auf 43 US-Dollar. Das liegt natürlich unter dem aktuellen Kurs, aber die 3% sind natürlich auch deutlich weniger, wie das Management hier prognostiziert hat. Die haben ja eher mit 10 bis 12% Umsatzwachstum gerechnet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir geben mal aus Spaß 10% ein, um zu schauen, was da rauskommt. Dann sind wir hier bei 80 US-Dollar und auch 83 US-Dollar. Also das würde dann wiederum bei dem Kurs von 50 Dollar eine sehr hohe Unterbewertung quasi darstellen. Ich glaube aber, dass die 10%, also frage ich mich zumindest, wo die jetzt herkommen sollen. Ich wäre da eher so im Bereich vielleicht von der Schätzung her bei 6%, aber auch dann ist die Aktie aktuell ungefähr 20% knapp unterbewertet. Von daher sieht das von der Bewertungsseite erstmal sehr gut aus, aber wir müssen natürlich auch respektieren, dass hier doch auch nicht alles im grünen Bereich ist. Und das habe ich deswegen auch nochmal in einem kleinen Übersicht zusammengestellt. Und was spricht für Intel aus meiner Sicht? Das ist ein fundamental super solides Unternehmen. Also die Bilanz ist sehr sauber. Wir haben nicht viel Schulden, eine ordentliche Cash-Position. Das Unternehmen ist hoch profitabel, was die Margen immer noch angeht, auch wenn die leicht rückläufig sind. Und auch die Kapitalrenditen sind in einem ordentlichen Bereich. Die schütten viel Geld an die Aktionäre aus über Dividenden und Dividendenrückkäufe. Wir können nochmal gerade gucken, die Dividendenrendite liegt bei knapp 3% immerhin schon. Das ist gar nicht mal so schlecht für ein Unternehmen in dieser Kategorie, in diesem Sektor. Und wie gesagt, die größte Ausschüttung passiert aber über Aktienrückkäufe. Das heißt, wenn die tatsächlich ein bisschen wachsen, können die natürlich auch auf Aktienbasis nochmal deutlich mehr wachsen, weil ja immer weniger Aktien da sind, auf die die Gewinne und Umsätze sozusagen fallen. Und wir haben immer noch moderate Wachstumsperspektiven. Das Management geht hier wie gesagt von 10 bis 12% aus. Ich glaube aber, da auch die Analysten sehen das eher so im Bereich von 6% vielleicht. Und die Bewertung ist auf der Pro-Seite natürlich aktuell, wenn man das unterstellt, auch relativ günstig. Negative Punkte gibt es aber, denke ich, auch. Denn Intel hat in den letzten Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren, Marktanteile verloren an A&D, weil sie eben nicht schnell genug eine neueste Chip-Generation an den Mann gebracht haben. Und es gibt natürlich auch aktuelle Lieferengpässe, was die ganzen Chips angeht. Das kennt jeder auch aus anderer Berichterstattung. Die Wachstumsperspektiven sind tendenziell, denke ich, im Vergleich zu der Vergangenheit eher sinkend. Auch wenn das Management hier eher von sehr viel Wachstum ausgeht. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende dann tatsächlich ist. Und die Gewinnmargen sind rückläufig seit 2018. Und da muss Intel eben auch erstmal zeigen, ob die diesen Trend auch stoppen können. Und was eben auch wichtig ist, die müssen aktuell auch relativ viel Geld für ihre neuen Fabriken investieren. Das ist natürlich auch eine kapitalintensive Investition, wo viel Geld vorab reinfließen muss, die sich dann erst in den nächsten Jahren dann irgendwann auch rentiert. Und die Margin of Safety, auch wenn wir eben gesehen haben, dass die Aktie tendenziell günstig aussieht, die könnte auch aus meiner Sicht noch ein bisschen höher sein. Aber das ist erstmal der Stand, den ich zur Intel-Aktie gerade so sehe. Ich glaube, dass das aktuell eine gute Gelegenheit sein könnte. Denn wir haben hier von der Bewertung her eine Aktie, die, ich sag mal, halb so günstig ist, aktuell wie der Markt. Also deutlich günstiger. Es ist ein Weltmarktführer immer noch. Auch wenn man AMD natürlich zugestehen muss, dass sie da ordentlich ein Stück vom Kuchen sich schnappen können. Aber man weiß ja auch nicht, bei der nächsten Chip-Generation werden die Karten wieder neu gemischt. Und da kann Intel natürlich auch wieder, ich sag mal, die Marktanteile sich zurückerobern. Aber theoretisch können sie natürlich auch weitere Marktanteile verlieren. Das heißt, das ist so ein bisschen das Hin und Her bei dieser Aktie. Unterm Strich ist meiner Meinung nach das Unternehmen gerade aktuell durchaus interessant. Ich würde es eher am liebsten im Bereich von 45 Dollar weiter aufstocken. Eine kleine Position hatte ich gekauft. Aber aktuell glaube ich schon, dass man in diesem Unternehmen bei der aktuellen Bewertung wenig falsch machen kann. Denn die Bewertung ist so günstig und das Unternehmen so gut aufgestellt, dass das Ganze nur in die Hose geht quasi, wenn Intel tatsächlich nicht mehr wächst oder im Rahmen der Inflation wächst. Also schrumpft die nächsten zehn Jahre. Und da musst du dich selber natürlich fragen, wie wahrscheinlich ist das? Für wie wahrscheinlich hältst du das? Ich halte das für fast ausgeschlossen, dass Intel quasi in den nächsten zehn Jahren schrumpft. Aber das ist nur meine Meinung. Du kannst gerne mal deine Meinung reinschreiben, wie du das gerade siehst zu Intel. Bist du da eher positiv oder negativ gestimmt? Oder kaufst du lieber die viel teurere AMD, die auch, was die Fundamentalkennzahlen und die Marktdominanz angeht, aus meiner Sicht nicht so stark aufgestellt ist wie Intel, aber natürlich in den letzten Jahren ordentlich Marktanteile sich schnappen konnte. Und an der Börse wird ja wie gesagt immer die Zukunft gehandelt. Schreib es gerne mal rein, wie du das Ganze gerade siehst, auch zu den aktuellen Bewertungen. Und dann können wir uns darüber unterhalten. Ansonsten, wie gesagt, wenn das Video für dich interessant war, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, wie gesagt, auch gerne. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, dein Christian. Bis dahin, dein Christian.